Hallo, im folgenden Video gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Tilgungsrechnung. Wir schauen uns dazu die Raten-Tilgung an, die Annuitäten-Tilgung, die in der Praxis eine bedeutendere Rolle spielt und wie man das Tilgungsgeschehen im Verlauf in Tilgungsplänen festhält. Viel Spaß! Leihen sich mindestens einmal in Ihrem Leben eine größere Summe von der Bank. Und genau darum geht es, Tilgungsrechnung, da geht es um das Zurückbezahlen einer Schuld. Und da gibt es natürlich verschiedene Modi, wie man das machen kann. Wir schauen uns zwei an. Die erste ist die sogenannte Raten-Tilgung. Das ist so einfach, da brauchen wir nicht mal eine Formel, weil es wirklich mit gesundem Menschenverstand sofort klar ist, was da passiert. Und das zweite, was wir machen, ist die sogenannte Annuitäten-Tilgung. Und das entspricht 1 zu 1 der Rentenrechnung. Da können wir die Rentenformeln dazu verwenden. Ja, worum geht es? Wir wollen mit irgendwelchen Modalitäten, die verfeinbart haben mit der Bank, Zinsen und die Rückzahlung an die Bank leisten, sodass am Schluss sie das Geld inklusive Zinsen zurückbezahlt haben. Und da gibt es jetzt ein paar Vokabeln, die da im Kontext typischerweise verwendet werden. Da ist zum einen mal die sogenannte Schuldsumme oder die Darlehenssumme oder Anfangsschuld, sagt man auch. Das ist das Geld, das sie sich leihen von der Bank. Okay, abgekürzt typischerweise mit S. Dann haben wir die Restschuld nach Kajan. Und da würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen korrigieren. Das machen wir anders. Wir schreiben die Restschuld zu Beginn des Kartenjahres. Das ist eigentlich wurscht, ob Sie das nach Kajan nehmen oder zu Beginn des Kartenjahres. Sie werden gleich sehen, warum es macht das Aufstellen eines Tilgungsplans, eines sogenannten, ein bisschen einfacher. Deswegen werde ich auch die Formel so formulieren. Dann N ist die Tilgungsdauer. Wie lange dauert es, bis der Kredit komplett getilgt ist? Zinsen am Ende des Kartenjahres. Da lassen wir das Ende auch stehen, ganz bewusst. Klar, also Zinsen sind Gebühr für überlassenes Geld. Das wissen wir. Und Tilgung, das ist das, was Sie an die Bank zurückzahlen, anteilig. Ja, und dann gibt es noch den Begriff der sogenannten Annuität. Und das ist ganz einfach. Das ist die Summe aus den beiden drüber. Das ist die Überweisung, die Sie an die Bank leisten jedes Jahr. Ja, in dem Dunstkreis bewegen wir uns. Und dass wir über Ratentilgung und Annuitätentilgung sprechen, das hatte ich Ihnen schon angedroht. Als erstes Ratentilgung. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Schüttelreim. Aber das bedeutet, dass die Tilgungsraten, die jährlichen, konstant sind. Die Tilgungsraten sind konstant und typischerweise sagt man dann also die TKs, das sind die Tilgungsraten, die jeweils am Ende des Jahres fällig sind. Und dann nimmt man dann die Schuldsumme geteilt durch die Laufzeit. Ganz banal. Das heißt, wenn Sie sich jetzt 100.000 Euro von der Bank leihen und Sie vereinbaren 5-jährige Tilgung mit einer Ratentilgung. Naja, dann teilen Sie die 100.000 durch 5, das sind 20.000, also haben wir jährlich 20.000, die Sie zurückzahlen an die Bank. Beispiel, 100.000 Euro sollen in 5 Jahren per Ratentilgung zu einem Zinssatz von 5% pro Jahr zurückbezahlt werden. Da mache ich jetzt einen sogenannten Tilgungsplan und in einem Tilgungsplan, da finden Sie, da schreiben wir uns als erstes das Jahr hin. Dann schreibe ich mir die Restschuld zu Beginn des jeweiligen Jahres, K von mir aus, Restschuld zu Beginn. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Zinsen, die Sie in dem Jahr am Ende des Jahres dann zahlen, also der Restschuld zu Beginn des Jahres, Zinsen am Ende des Jahres. Dann haben wir die Tilgungsrate, die wir in dem Jahr auch am Ende des Jahres zahlen und dann habe ich noch die Annuität, also das ist die Summe aus den beiden. Okay, das sind typischerweise so die Einträge in diesem Tilgungsplan. Und da geht es jetzt im Jahr 1 los. Ich habe zu Beginn des Jahres 1, habe ich eine Restschuld von 100.000 Euro vom Jahr K und hier haben wir Zinsen, Tilgung und Annuität jeweils am Ende. Wenn Sie am Anfang, wenn Sie am Anfang des Jahres 100.000 Euro der Bank schulden, dann will die Bank am Ende des Jahres Zinsen auf genau diese Summe haben. Das heißt, es ist jetzt ganz einfach, wenn ich jetzt hier 5% Zinsen zahle, dann wären das in dem Fall 5.000 Euro. So, die Tilgungsrate, die ist bei dieser Ratentilgung immer gleich hoch, jedes Jahr. Wir wollen in 5 Jahren zurückzahlen, 100.000 geteilt durch 5 sind 20.000. Das heißt, Sie müssen dann an die Bank am Ende des Jahres Tilgung plus Zinsen insgesamt 25.000 Euro überweisen. Im Jahr 2 schulden Sie der Bank zu Beginn die 100.000 minus die 20.000, die Sie am Ende des letzten Jahres zurückbezahlt haben. Also haben Sie noch eine Restschuld von 80.000 zu Beginn. Da kommen wieder 5% Zinsen, die am Ende des Jahres fällig werden. Nach mal 4.000, dann zahle ich wieder meine 20.000 Euro zurück und überweise der Bank insgesamt dann am Ende des Jahres nur noch 24.000. Und das geht jetzt analog so weiter für die Jahre 3, 4 und 5, können Sie sich ja vorstellen. Und jetzt verstehen Sie auch, warum ich gesagt habe, das ist die langweilige, einfache Art, da braucht man nicht mal eine Formel. Aber wenn Sie das verstanden haben, was da passiert, nämlich, dass ich eben die Spalte, können Sie gleich von vornherein ausfüllen, da können Sie immer das, was hier steht, jeweils abziehen, dann die Zinsen ausrechnen und das dann die Summe aus Zinsen zählen. Also es ist nicht wirklich schwierig. Was Sie können sollten, das wäre jetzt, wenn Sie jetzt so einen längeren Tilgungsplan hätten, also sagen wir mal 20 Jahre oder sowas, und Sie müssten dann im Jahr 13 nur die eine Zeile hinschreiben aus dem Tilgungsplan. Muss man sich halt überlegen. Zu Beginn des 13. Jahres, wie oft haben Sie schon zurückbezahlt? Naja, 12 Jahre. Dann muss ich halt 12 Mal die Tilgungsrate abziehen. Dann wissen Sie, wie hoch die Restschuld ist. Damit können Sie dann die Zinsen ausrechnen, damit können Sie die Tilgung ausrechnen und die Annuität ist dann die Summe draus. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Sie müssen nur diesen Mechanismus eben verstanden haben. Und aufpassen, dass Sie im 13. Jahr nicht 13 Mal die Tilgung abziehen für die Restschuld, sondern nur 12 Mal, weil zu Beginn des 13. Jahres sind eben erst 12 Jahre vergangen. Das ist vielleicht die einzige Hürde, die man da machen kann. Ja, was hat diese Raten-Tilgung für Eigenschaften? Naja, die Annuität ändert sich jedes Jahr. Am Anfang ist sie am höchsten und dann wird sie immer kleiner. Und ehrlich gesagt, das sorgt dafür, dass das für die üblichen Anwendungsgebiete von solchen Finanzprodukten, die Sie bei der Bank kaufen können, zur Finanzierung von auch vielleicht höheren Summen eigentlich ausscheidet. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen sich eine Immobilie kaufen, dann werden Sie ganz sicher nicht mit einer Raten-Tilgung anfangen. Weil wenn man sich eine Immobilie kauft, dann ist es ja oft auch so, dass es einen Grund gibt dafür. Also zum Beispiel, dass die Anzahl der Familienmitglieder steigt und meistens kommen dann so Kleine dazu, die dafür sorgen, dass einer von beiden Partnern dann eine Weile ausfällt im Beruf. Und da will man ganz sicher nicht gerade am Anfang dann die hohe Rate haben, also die hohen Annuitäten, sondern da wollen Sie natürlich, ja dann möglichst vielleicht sogar niedrige Belastung haben. Das macht man, wenn es so Kurzläufer sind, vielleicht für eine Investition, wenn Sie jetzt beim Leasing-Modelle oder so was, oder Sie kaufen sich eine Maschine und wollen die in drei Jahren abzahlen oder in vier Jahren, bahnen Sie mit dem Händler so ein einfaches Zahlungskonzept und nehmen das eben in Kauf, dass da die Annuitäten jeweils fallen. Was sehr wohl eine Rolle spielt, das ist die zweite Variante, nämlich diese Annuitäten-Tilgung, heißt, die Annuitäten sind konstant. Ich rede gerade immer von jährlichen Zahlungen. Wenn Sie sich einen tatsächlichen Hypothekenkredit bei einer Bank kaufen, für eine Immobilienfinanzierung oder so was, dann werden Sie vermutlich eine monatliche Zahlung vereinbaren. Das können wir aber auch schon. Alles, was wir jetzt machen, rechne ich jährlich. Aber wenn Sie diese jährliche Zahlung dann mal haben, dann können Sie die mit dieser Rentenersatzrate wieder in monatliche Zahlungen beispielsweise umrechnen. Das ist auch fast richtig mit diesen jährlich konstanten Annuitäten. Wir schauen dann gleich ein Beispiel an. Kann nämlich mal sein, dass die letzte Zahlung dann nicht so hoch ist wie alle anderen. Muss ich mal die Beziehung herstellen zu der Rentenrechnung, wenn ich schon so laut töne. Wie sieht denn das aus? Ich schreibe auf der linken Spalte Tilgung und auf der rechten Spalte schreibe ich Renten. Renten. Wir haben bei der Tilgungsrechnung ja diese Schuldsumme, die wir uns leihen von der Bank. Schuldsumme ist, das ist ein großer Batzen Geld, den Sie heute, angenommen Sie leihen sich heute das Geld, am Anfang jedenfalls dieses Geschäfts von der Bank leihen. Das entspricht dem Rentenbarwert. Und zwar, wir gehen von nachschüssigen Zahlungen unserer Annuitäten immer aus, ist das ein nachschüssiger Rentenbarwert. Nachschüssiger Rentenbarwert. Das ist das R0. Die Annuität, jährliche Rate, deswegen muss ich da jetzt auch kein AK hin machen, weil es immer gleich groß ist, die Sie am Jahresende immer nachschüssig zahlen. Das ist natürlich in der Rentenrechnung die nachschüssige jährliche Rate. Also das kleine r. Und wie war die Formel für den nachschüssigen Rentenbarwert? Das war doch R0 ist gleich Rate mal, und dann kommt dieser, der Universalquotient hier mit unserer geometrischen Reihe, also q hoch n minus 1 geteilt durch q minus 1. Und dann brauchen wir, weil es ein Barwert ist, noch diesen Diskontierungsfaktor. Das heißt mal q hoch minus n. Ja, und jetzt raten Sie mal, wie die Annuitätentilgungsformel aussieht. Und wenn Sie die vergleichen, dann sieht man schnell, S und R0 anders, und A und R ist anders in den beiden Formeln, aber ansonsten sind sie natürlich identisch. Das ist exakt Rentenrechnung. Gut, wir rechnen ein Beispiel. Ein Beispiel. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen praxisorientiert zu sein. Also, angenommen, Sie würden sich heute eine Immobilie kaufen wollen, wie viel würden Sie denn dann an Kredit von der Bank aufnehmen wollen? Also, Sie können ja dann Ihre Zahlen selber auch nochmal einsetzen, aber leihen wir uns mal 700.000 von der Bank. So. Also gut, dann sagen wir, Zinssatz ist 0,015. 1,15%. Das nächste ist, wann wollen Sie es denn zurückbezahlt haben, die Schuld? Wie lang wollen Sie im Schuldturm sitzen? Wollen Sie in 20 Jahren das zurückbezahlt haben? Oder vielleicht sogar schon in 10 oder in 30 oder in 40? Was ist realistisch? Was meinen Sie? 40. Sie setzen dann das ein, was Sie für sich sinnvoll. Okay, 30 Jahre. Ich kann jetzt zum Beispiel mal ausrechnen, wie hoch diese jährliche Rate ausfällt, die Annuität. Damit folgt raus, dass unsere Annuität, ja, da muss ich diesen Term da hinten auf die andere Seite rüber schaufeln. Das ist q-1 durch q hoch n minus 1. Und der Kehrwert von dem Faktor ist q hoch n. Bedeutet in unserem Fall, wir setzen es. Ich mache das jetzt in meinem Lieblingstaschenrechner. Okay, was ist da rausgekommen? 27.721 bei nachschüssiger monatlicher Zahlung wäre das 1 plus i 11 halbe. So, und dann sind das 2.298. Okay, also das wäre jetzt die monatliche Rate. Monatlich. Wenn Sie das Ganze 30 Jahre machen. Bei 70 Jahren, also wenn Sie Ihre Kinder auch nochmal damit in die Pflicht nehmen wollen, sind wir bei 1.211. Wir lassen jetzt mal die 30 Jahre hier stehen. Und jetzt kommt nochmal ein Faktor dazu. Typischerweise ist es ja so, dass die Bank mit Ihnen jetzt keinen Vertrag über 30 Jahre abschließt. Kann man auch machen, aber da wird es dann teurer. Da kriegen Sie vermutlich nicht die 1,15%. Ja, bei 30 Jahren waren es ein bisschen mehr. 30 Jahren, da waren es 2310 Euro. Das ist schon echt ganz schön viel. Also vielleicht nehmen wir noch eine kleinere Summe hier, dass es ein bisschen realistischer wird. Ich nehme mal eine halbe Million, das ist schon auch eine Hausnummer. Aber da sind wir dann zumindest bei einer monatlichen Leistung von 1.600. Und deswegen ist eine spannende Frage in dem Zusammenhang, wie hoch ist denn die Restschuld nach einer bestimmten Anzahl von Jahren? Weil Sie wollen ja wissen, nach Vertragslaufzeit Ende, nach den 10 Jahren oder 20 Jahren, wie viel schulden Sie denn der Bank noch? Weil die werden dann um die Ecke kommen. Die werden Sie anschreiben, ein Jahr vorher oder so, und werden sagen, lieber Kunde, Sie schulden uns zum 1.1.2021 noch eine Restschuld von. Was wollen Sie denn jetzt machen? Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können entweder, weil Sie das Geld mittlerweile haben, in bar können Sie es komplett verwenden, um den Kredit abzulösen. Dann sind Sie quitt. Oder Sie kaufen sich bei der gleichen Bank einen Anschlusskredit, der dann natürlich neu verhandelt wird. Da werden die Zinssätze, je nachdem wie der Marktzinsgrad ist, eingesetzt. Oder Sie gehen nun zu einer anderen Bank und lassen diese Bank dann den Kredit ablösen. Dann mit vielleicht günstigeren Konditionen. Das sind so die typischen drei Möglichkeiten, die Sie haben. Das ist der 30er Variante, aber mit den 700.000. Das waren unsere 27.721. 27.721 und ein paar Zerquetschte, nämlich 91. Ich mache noch mal ein zweites Beispiel. Okay, also wir leihen uns wieder Geld. Ich nehme jetzt mal die halbe Million. 500.000, vielleicht reicht es ja dann doch für eine Drei-Zimmer-Wohnung. Und wir gehen mal davon aus, dass wir den tollen Zinssatz... Jetzt legen wir keine Gesamtlaufzeit fest, sondern wir sagen, wir haben eine Anfangstilgung. Anfangstilgung, das heißt, das ist die Tilgung, die Sie im ersten Jahr zahlen. Die Tilgung und die Zinsen, die sind ja bei so einer Annalitätentilgung variabel. Die ändern sich jedes Jahr. Die Gesamtrate, die Sie an die Bank überweisen, ist zwar immer gleich hoch, aber dadurch, dass die Restschuld immer fällt, steigt natürlich auch die Tilgung jedes Jahr, weil Sie immer jedes Jahr weniger Zinsen zahlen müssen. Okay, also die Anfangstilgung im ersten Jahr, da sagen wir mal, das soll... Wie soll das sein? 2 Prozent. 2 Prozent der Schuldsumme. Wie komme ich da jetzt drauf? Naja, also 2 Prozent, das sind 10.000 Euro. Zusätzlich zahlen wir ja im ersten Jahr, nur im ersten Jahr, noch ungefähr 1 Prozent von den 500.000, also nochmal 5.000. Das heißt, wir haben dann 15.000 Euro im ersten Jahr ungefähr. Wir rechnen es gleich genau aus. Und das ist für uns handhabbar. Das heißt, unsere Annuität, die berechnet sich jetzt nicht über diese Rentenformel, weil wir keine Laufzeit hier einsetzen, sondern wir geben die Annuität sozusagen vor und sagen, es ist im ersten Jahr, zahlen wir von den 500.000 die 2 Prozent, also 0,02 und dann noch die 1,15 Prozent Zinsen. Das heißt, insgesamt sind es dann 15.750 Euro pro Jahr. Jetzt haben wir 10 Jahre Zinsbindung vereinbart und gesucht ist jetzt die Restschuld zu Beginn des 11. Jahres, also nach 10 Jahren. Okay, wie geht das? Was wir jetzt suchen, ist die Restschuld zu Beginn des 11. Jahres, also R11. Und die Idee ist jetzt auch wieder, wir arbeiten mit zwei Konten. Auf dem ersten Konto, da parken wir komplett diese Schuldsumme, also die komplette halbe Million und machen sonst gar nichts. Dieses Konto wird lediglich mit den 1,15 Prozent verzinst. Die Bank gibt es sozusagen Ihnen und tut so, als ob es auf einem Konto liegt. Was passiert dann jetzt? 10 Jahre lang lassen Sie die 500.000 Euro da schmoren auf diesem Konto. Das heißt, zinseszinslich werden die mit 1,0,115 hoch 10 verzinst. Gut, das ist sozusagen das Guthaben der Bank. Und das Ganze wird jetzt reduziert durch diese jährlichen Zahlungen in Höhe von 15.750 Euro. Und da tun wir jetzt so, als ob die auf ein zweites Konto jeweils eingezahlt werden. Und die reduzieren natürlich diese Schuld, die Sie bei der Bank haben. Was passiert, wenn Sie jedes Jahr am Jahresende eine bestimmte Summe, hier 15.750, einzahlen auf dem Konto. Und dann am Ende wollen Sie wissen, wie viel ist drauf auf dem Konto. Das ist ein nachschüssiger Rentenendwert. Das heißt, wir können jetzt hier abziehen. 394.663. Nach 10 Jahren schulden Sie der Bank noch knapp 400.000. Das sind immer noch fast 80 Prozent. Tja, das schreiben wir uns vielleicht nochmal allgemein auf. Wichtig. Die Restschuld zu Beginn K des Jahres. Beispiel Fortsetzung. Elfte Zeile des Tilgungsplans. Wie sieht denn die aus? So, jetzt nehme ich natürlich genau die elfte Zeile deswegen, weil wir da schon die Restschuld zu Beginn ausgerechnet haben. Mit der Formel von K. Jahr K von mir aus. Die Restschuld zu Beginn des Jahres sind das jetzt natürlich, machen wir aber nicht alle, sondern wir machen das nur für die Zeile 11. Die können wir auf jeden Fall schon mal drüber kopieren. So, dann die Zinsen. Ja, die können wir jetzt leicht ausrechnen, indem sie auf diese Restschuld unsere 1,15 Prozent davon Tilgung. Tja, wie hoch ist die Tilgung? Dazu muss man die Annuität kennen. Okay, die können wir als erstes mal hinschreiben. Das sind hier die 15.750. Und unsere Tilgung, die berechnet sich jetzt aus der Annuität minus der Zinsen. Und dann geht es natürlich hier entsprechend noch weiter. Ja, wie lang würde der Kredit laufen, wenn Sie das Ganze mit den gleichen Konditionen weiterlaufen lassen? Schuldzumme ansetzen. Standard Annuitätenformel. Und wenn ich die jetzt nach N auflösen möchte, dann multipliziere ich typischerweise das hier hier oben rein. Also die, der Nenner und das hier wird miteinander verheiratet. Das kennen Sie schon vom Rentenbarwert. Genau das Gleiche. Und der Rest kommt auf die andere Seite rüber, der nichts mit dem N zu tun hat. Das heißt, wir schreiben, ja, jetzt kommt das Q hoch minus N mit Plus nach links und der Teil mit Minus nach rechts. Das kann man jetzt logarithmieren. Dann ist das N, wir können jetzt aber einsetzen, 39,73 Jahre. Was heißt das? Nach 39 Jahren sind Sie noch nicht ganz fertig, aber im 40. Jahr müssen Sie dann nicht mehr die komplette Annuität. Die 15.750 überweisen, sondern da ist es dann ein bisschen weniger. Das hatte ich vorhin auch schon angedeutet, dass diese Annuitätentilgung fast stimmt bis auf das letzte Jahr. Im letzten Jahr gibt es dann gegebenenfalls Abweichungen. Das können wir uns auch noch ausrechnen. Wir können jetzt mal den Tilgungsplan für das Jahr 40. Dann schauen wir erstmal, was haben wir denn da für eine Restschuld. Ich setze es wieder in diese Restschuld-Formel ein. Das ist die Restschuld zu Beginn des, okay, also K40, diese Restschuld. 11.340 und 10 Cent. Und jetzt ist das aber nicht die Gesamtrate, weil Sie wollen ja, Sie müssen auch noch Zinsen zahlen. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass es ja gleichzeitig die Annuität im letzten Jahr stimmt nicht ganz. Wir müssen noch Zinsen zahlen. Und zwar wie viel Annuität in diesem Jahr sind dann? 11.470 und 41. Die Tilgung muss jetzt die komplette Restschuld sein. 11.340 und 10 Cent. So, das ist das letzte Jahr dieses Kredits. Da weicht es eben ab. Da ist die letzte Spalte dann nicht mehr. Nicht mehr 15.750. So wie in allen anderen Jahren vorher. Und jetzt zeige ich Ihnen noch was aus dem Buch. Noch mal ein Beispiel. Das können Sie natürlich auch gerne da noch mal nachlesen. Dieses Beispiel hier, das 27.61. Wir leihen uns schlappe 300.000 nur. Und es sind aber jährlich nachschüssig, annuitätisch, hypothetenkredit, Anfangstilgung 1%. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Annuität von 12.000 Euro im Jahr. Das Ganze soll mit 15 Jahren Zinsbindung laufen. Und wir sollen jetzt den Tilgungsplan der Jahre 11 bis 15 aufstellen. Also Restschuld zu Beginn des 11. Jahres wären dann diese 265.608 und 36, die da rauskommen, wenn man es in die Formel einsetzt. Und dann sieht der Tilgungsplan so aus. Man sieht, die Restschuld wird natürlich immer kleiner. Die Zinsen werden auch immer kleiner. Und die Tilgung wird immer größer, sodass sie dann insgesamt auf die 12.000 kommen. Wenn man das jetzt weiterlaufen lässt. Das heißt, 46,9 Jahre würde da jetzt rauskommen bei diesem Kredit. Huh, ganz schön lang. Das wäre die Gesamtlaufzeit. Hier sehen Sie jetzt, wie sich das entwickelt über diese Jahre. Das sind die 12.000 Euro hier. Und Sie sehen jetzt hier, wie sich Zinsen und Tilgung zusammensetzen. Das sieht man in der Tabelle jetzt nicht so gut, aber in der grafischen Darstellung sieht man es ganz gut. Wir haben hier eine Laufzeit herausgekriegt von 46,9 Jahren. Das heißt, im 47. Jahr ist auch hier so, dass es ein bisschen weniger ist, was Sie zurückzahlen müssen an die Bank. Und das sieht man an dem letzten Balken, der ist ein bisschen kürzer. Was man auch sieht, ist natürlich, dass die Zinsen immer weniger werden. Das sind die grauen Balken. Und die Anteile, die Tilgung, immer größer. Sie sehen auch, dass diese Trennlinie, wenn Sie zwischen Zinsen und Tilgung, das ist keine Gerade. Das ist eine Exponentialkurve. Je nachdem, was Sie für ein Verhältnis aus Tilgung und Zinsen haben, wenn Sie am Anfang mit einer sehr, sehr kleinen Tilgung reingehen, dann dauert es ewig, bis diese Exponentialkurve hier an Fahrt aufnimmt und dann tatsächlich hier oben rauskommt. So, damit haben Sie das Wichtigste zur Tilgungsrechnung gehört. Ich habe Ihnen hier auch nochmal die Formeln eingeblendet. So viele sind es gar nicht. Es ist bei der Ratenzilgung tatsächlich nur die eine. Bei der Annuitätentilgung habe ich Ihnen den Rennenbarwert in der Notation der Annuitätentilgung nochmal drauf gemacht. Einmal in Abhängigkeit der Annuität, sodass man die Schuldsumme ausrennen kann. Einmal aufgelöst nach der Laufzeit. Und die Restschuldformel für die Restschuld zu Beginn des Kartenjahres.